Tag Leute und Willkommen zu T-Worlds, yay! Und zwar spiele ich das hier, also nehmt's nur auf, weil ich mal wieder ein bisschen reinfinden will, ins kommentierte Spiel, ha, schön gesagt, nicht. Jetzt muss ich nur irgendeinen Server finden, in dem Leute drin sind, und da muss ich dann ein bisschen mit. Außerdem habe ich schon ewig kein T-Worlds mehr gespielt, und hatte eh noch nichts, jetzt habe ich noch weniger davon, ja, genau. Wuhu, je, so, und da, ich dachte, nehm, vielleicht spiele ich noch ein bisschen T-Worlds, weil ich cool bin, ähm. Alter, hm, wuhu, und jetzt, verdammt, nein, das sollte man nicht tun, sowas. Sieh, ist ein Argentinier drin, ist ja ekelig. Wuhu, hey, lass mich da hoch, lass mich da halt dann nicht hoch. Ah, das ist meine, okay, also, ich spiele das hier ganz allein, dabei würde ich gerne mal wieder ein Battle machen, aber da will niemand mitmachen anscheinend, momentan. Mal sehen. Kicken, ja, immer kicken, schön. Also, das, Typ umbringen, Typ umbringen, ich krieg den Typ nicht umgebracht. Äh, ich hab da eine, ich hab da eine, äh, wie nennt man das, Flagge? Mann, ich, ich, jetzt ist mir nicht mehr das Wort Flagge eingefallen. Nein, 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 danke. Ey, ich leb ja noch. Hallo, schön, schön, dass du da bist und nicht hier. Also, jetzt tötet mal den Typen hier und holt die Flagge zurück, damit ich die Flagge abgeben kann. Wäre sehr nett von euch. Oh, fuck. Ich bin ja jetzt voll das Angriffsziel Nummer 1 hier. Und ich hab natürlich verloren. Das war klar. Naja, ich bin halt nicht sehr besser drin. Und wie gesagt, ich plane immer wieder so ein neustiges Battle zu machen mit all unseren lieben Freunden. Falls die immer wieder Zeit haben, mal sehen, was rausführt. Wäre schon mal wieder lustig. Jee, 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 und töten, 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 oh, ich kriegte nicht. Ja, du hast also meine Flagge, ne? Gib sie zurück, gib die Flagge zurück. Gib die Flagge zurück. Ich brauche auch meinen Raketenwerfer aus, ne? Willst du also Raketenwerfer spielen mit mir? Raketenwerfer-Spielchen spielen? Nein. Ich sollte wirklich mal ein bisschen an meinem Skillarbeiten. Genau, da unten. Da unten ist, glaube ich, ein Laser. Ich hole mir jetzt ein Laser. Laser. Da muss ich erstmal hier runter schaffen und überleben. Das wäre mal schön. Also wie gesagt, Laser. Gut. Gut. Und jetzt habe ich einen Laser. Ja, Laser. So. So. Und jetzt springen. Nein, 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 nein. Da sieht man, wie gut ich bin hier in diesem Spiel. Total gut. Und irgendjemand hat wieder mal unsere Flagge geholt. Wir haben gleich verloren. Weilt das alles aus. Hey. Der holt hier einfach meine Flagge. Und hat gewonnen. Tja. Obwohl wir in der Überzahl waren. Obwohl wir in der Überzahl waren. Ne. Bei so einem schlechten Team kann ich nicht sein. Es liegt außer meinen Teamkameraden. Ich habe mir. So ist es immer. Und so wird es immer sein. So. Da gehe ich mal hier hin. In den Server rein. Oh Gott, der ist französisch. Hier mein wunderschönen Bob-Ompf-Skin. Hey. Die haben mich rausgeworfen. Uncool. Ne, da war ich glaube ich vorhin schon drin. Tern, suchen wir halt einen anderen Server. Hier. Capture the Fluck. War ich hier nicht vorher schon drin? Ne, war ich nicht. Gut. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Wow. 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 Wow, werde ich hier vernichtet. Also gut. Dann eben. Nichts. Wow. Hey, lass meinen Typ in Ruhe. Nein. Oh fuck. Wieso gewinnen immer die Gegner, wenn ich dabei bin? Ich glaube ich join jetzt zu den Blauen. Ich kann nicht zu den Blauen gehen. Und ich wurde gerade getötet. Na danke. Ich sehe gerade voll aus Chaos. Immer die Blauen. Immer die Blauen gewinnen. Wenn ich mal rot bin. Meistens bin ich rot. Bei rote Bob-Ompf irgendwie komisch aussehen. Hier gerade. Na ja. Was soll's. Wow. 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 Woho. Ähm. Na danke. Ich hätte mich fast gerettet. Aber nein. Wollen wir mal machen. Oder nee. Ich glaube wir gewinnen sogar. Gerade. Ich vernichten uns ja gar nicht so stark. Wie ich dachte. Woho. Man kann sich ja gar nicht mehr bewegen, um gleich erschossen zu werden. Ist hier gerade Chaos und Krieg. Und so. Die Flagge ist ja schon weg. Schön. Ja. Ich töte einfach alle, die hier vorbeikommen. Mal sehen. Hallo Slow. Stirb Slow. Oder du. Oder du. Am besten du. Also auf jeden Fall habe ich den Typ umgebracht, der die Flagge hatte. Aber ich habe die Flagge nicht bekommen. Hm. Da hatte wahrscheinlich wieder einen der Gegner die Flagge. Schön. Wow Slow. Nee. Stirb. Ghost. Nahkampf. Nahkampf. Scheiß auf Nahkampf. Hm. Hm. Ich hänge mich einfach hier an dem Boden der Stage und gammel hier rum. Und spiele mit meinen Selbstmordgedanken. Aber ich glaube ich mache keinen Selbstmord heute noch nicht. Wow. Fuck. Alter. Lass das. Ne. Darf man sich nicht mehr in Ruhe selbst umbringen? Mann. Und cool. Das war meine. So. Wegenfalls habe ich einmal gekillt. Wie viele Punkte habe ich eigentlich? Würde ich mich mal. Ach das. Sehe ich dann wenn ich zum nächsten Mal sterbe. Ich glaube ich habe einen. Wegen dem einen Kill gerade. Flo ist tot. Don't go. Ist wo zwei Kills. Ach so. Ich bin hier gerade voll. Voll der. Hule. Typ. Voll der Killer. Genau der Killer. Ich habe sechs Kills schon. Oh. Nicht schlecht. Jetzt muss ich noch einmal die Flagge klauen. Dann bin ich gut. Oh. Das ist meine. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö aus. Naja, egal. Ich glaub, ich werd einfach irgendeine Musik drüberlegen, damit's nicht ganz so langweilig ist ohne In-Game-Stound. Weil ohne meine Stimme als Alleinunterhalter geht ja mal gar nicht. Und jetzt hab ich noch 5 Kiss. Weil wegen Selbstmord. Wuhu! Äh, Alter! Ich glaub, die haben's auf mich abgesehen. Vielleicht wissen die ja, wie schlechtes Let's Plays auf YouTube machen. Deshalb wollen die mich umbringen. Guck, guck, guck. Das ist bestimmt, weil die wissen, dass ich schlechtes Let's Plays auf YouTube mach. Wieso denn sonst? Wuhu, wuhu, wuhu. Keine Minuspunkte. Ich mag keine Minuspunkte. Man kriegt Minuspunkte, wenn man sich selbst ermordet. So, und dann warte ich hier auf den nächsten... Nein, mach ich nicht. Fuck, ich hab einen Minuspunkt gekriegt. Jetzt hab ich nur noch 4 Kills. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Kyo wird jetzt umgebracht. Ja, hab ich doch gesagt. Dankeschön. Kyo wird nochmal umgebracht. Nein, doch nicht. Aber Swiss... Oh, ich hab keine Mansion mehr. Das merk ich ja früh. Dann bring ich halt den Typen hier um. Der ist auch von mir. Wird Ghost umgebracht. Ach, die haben alle keinen Humor. Lassen sich alle nicht umbringen. Das sind alle ein humorloses Pack. Bitte Teams ausgleichen. Welche sind denn nicht aufgegleicht? Das kann man hier gar nicht sehen. Hm, naja. Was soll das? Ich bleib bei meinem... ...roten Team, denn das rote Team rockt. Fühlt das rote Team wirklich so viel oder nicht? Ich... Ich glaub schon, dass das das rote Team ist. Wuhu. Äh, wir sind hier. Ja, den Kyo. Weg mit dir. F3. Ja, weg mit ihm. Weg mit ihm. Ach, Dummkopf. Ich will, dass er weg geht. Und die sagen alle nein. Alter hat mich ja umgebracht. No region. Given. Ist ja besonders gut. Jetzt sagt alle... Drückt alle F3, Mann. Alle F3. Oder auch nicht. Naja, schade. Hm, hm, hm. Wo sind denn alle? Oh, ich hab mich selbst umgebracht. Wunderbar. Ich soll damit aufhören. Hm. Wär vielleicht eine gute Idee. Mit sich selbst umbringen, aufhören. Und mal Server-Informationen. Bis 1000 Punkte wird gespielt. Okay. So lange werde ich, glaub ich, auch noch spielen. Dabei bleiben. Ich werde mein Team unterstützen, indem ich es behindere. Uah, Swiss stirbt. Oh, tot. Ich sag doch, mein Team behindern. Und jetzt... Nee, nicht umbringen. Ich bin unbewaffnet. Jetzt bin ich bewaffnet. Aber ich kann meine Waffe nicht auswählen, weil ich so langsam bin. Habe ich ihn umgebracht? Nee, ich hab ihn nicht umgebracht. Schade. Schade, schade, schade. So. Stirb. Sterbt alle. Ihr sterbt doch eh nicht. Wieso hört ihr nicht auf mich, Mann? Und er ist gestorben. Und er ist gestorben. Danke, er hat sogar auf mich gehört und hat mir auch nichts gebracht. War ein Kill sofort wieder. Ich falle hier zu oft runter. Und dieser Typ, der... Mal die ganze Zeit smileys an die Wand. Nein, ihr kriegt das nicht. Nein, ihr habt es gekriegt. Na, danke. Hallo. 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 Aber wenigstens hatten die Blauen noch nie die Flagge. Richtig geschafft. Oh, na. Ich muss die irgendwie da wegkriegen. Von unserem Platz. Okay, ich hab's geschafft. Ganz allein natürlich. Hier die anderen... Die anderen haben gar nichts zu tun. Ich soll vielleicht einen Raketenwerfer ausholen, den ich nicht hab. Ich hol mir einen Raketenwerfer. Aber das bringt mir eh nichts mehr, weil ich gleich sterben werde. Außer... IQ. No. Ich will jetzt einen Raketenwerfer. Wow. 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 Don't. Jetzt hab ich nur noch drei Kills. Mäh. Hoffentlich... Beenden wir das Spiel noch, während ich dabei bin. Los, danke. Gut gemacht. Jetzt haben wir schon 600 Punkte. So, und die blaue Flagge wurde schon wieder geklaut. Yo, wer hat den Keks aus der Dose geklaut? Hier, 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 hol's zurück. Oh, Mann. Ja, okay. Oh, Mann. Das war ja gerade sehr knapp. Schade, schade. Ich werde mich jetzt, äh, zur Aufgabe machen. Und deinen Platz freizuhalten, damit da nicht die ganze Zeit Leute sind, die die Flagge wieder stehlen, wenn sie zurückkommt. Aber ihr schafft einfach nicht. Hier, stirbt doch einfach mal. Stirbt doch einfach mal. Stirbt doch einfach mal. Stirbt doch einfach mal. Ich komm hier nicht hoch. Na wunderbar. Ich kann auch Doppelsprünge machen, ich weiß. Ist mir aber auch relativ wurscht, was ich kann. Was ich nicht kann. Ich hab keine Muni mehr. Hey, mach mal Schluss, ne? Ja, cooler Name. Ausrufezeichen, 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 cooler Name. Aber die haben nicht so coole Skins wie ich, oder vielleicht doch, weil ich seh sie nicht immer alle, weil wegen Baum. Man sieht ja nur die Skins, die man auch selber hat, ne? Aber der Skin hier, der ist cool. Den kann ich euch vielleicht irgendwann zum Download anbieten, falls das irgendjemand interessiert. Aber mach ich nicht. Den gibt's, kann man googeln. Irgendwo da gibt's den in Google. Weil Google weiß alles. Los, gib die Flagge ab. Oh mein Gott, nein. Wieso wird die Flagge gleich wieder klaut, wenn man sie zurückbringt? Wunderbar. Ist ja nervig. So kann das Spiel ja niemals enden. Okay, dann müsste sich da wohl jemand hinstellen, der hier mit den ganzen Typen aufräumt. Aber ich bin's nicht, weil ich nämlich hier aufgeräumt werde. Von den ganzen Typen. Naja, was soll's. Dann hänge ich halt ein bisschen rum. Hey, lass das. Uncool. Oh, das ist ja meiner. Warte, cool. Ja, jetzt schieße ich. Ich sollte lieber Deathmatch spielen. Da kann man auf alles und jeden schießen. Also, wenn wir dann wieder das Battle haben, dann mach ich Deathmatch mit meinen Kumpels. Mal sehen, wann das nächste kommt. Macht immer voll Spaß und so. Hey, ich hab den umgebracht und der hat mich umgebracht. Ne, ich hab mich selbst umgebracht und ihn. Na toll. Dafür der gar nicht gezählt ist. Goh. So. Und hoch und runter und hoch. Und jetzt springen. Gut. Ich muss hier irgendwie wegkommen. Okay. 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 Ich komm hier weg. Ich komm hier weg. Ich komm hier weg. So. Und jetzt bin ich hier weg. Nein, bin ich nicht. Oh, fuck. Das ist echt furchtbar schlimm. Ich komm hier nicht mehr weg. Dann geh ich halt hier lang. Es geht auch eh viel besser, wenn ich hier irgendwie mal hochkommen könnte. Nein. Jetzt hab ich mich selbst umgebracht. Wunderbar. Ich glaub, ich geh gleich. Ich weiß hier nichts passiert in den nächsten. Also bei 20 Minuten, wenn es da oben die Uhr 20 Minuten anzeigt, dann bin ich weg. Sorry, Leute, aber hey. Langsam komm ich hier eh nicht mehr weg irgendwie. Los, tötet mich. Ich komm hier nicht mehr weg. Oder ich tötet. Nein, ich tötet dich nicht. Yay. Also noch knapp drei Minuten könnt ihr dieses Video hier ertragen. Und dann habt ihr es endlich geschafft. Naja. Ich glaub, das Spiel wird ihn zu einem Ende finden. Von dem her. Boah, ich seh den Typ, der die Flagge hat. Boah. Gleich alles beschießen. Alles beschießen. Okay, jetzt hab ich keine Munition mehr. Und hab mich selbst umgebracht. Wieso mach ich das immer? Es ist A, weil wegen Baum. Es ist B, weil wegen... Oh, cool. Ich hab Lust. Komm her, komm her. Mach doch nicht. Danke. Das hast du gut gemacht. Terminator. Dafür geb ich dir... Boah. Da hat jemand die Flagge geklaut. Da hat jemand die Flagge geklaut. Da hat jemand die Flagge geklaut. Und deshalb werd ich jetzt... Oh. Einfach random rumschießen. Aber jetzt hab ich keine Munition mehr. Schade, schade. Und tot. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ich bleib jetzt nur noch stehen und warte, bis Leute kommen, die mich umbringen wollen. Schaf, hab ich jetzt aufgestoßen. Tut mir leid. Oder hab ich das? Na ja, was soll's. Auf jeden Fall. Ja, hier gerade von allen Seiten ausgelöscht. Und jeder schreibt XD in den Chat und... Doppelpunkt D und so. Smileys halt. Ich weiß nicht, wie man den Chat schreibt, sonst würde ich den mal gleich wahrscheinlich nachmachen. Und du bleibst schön hier, Mann. Du bleibst schön hier. So. Hier. Boom. Fuck, 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 fuck. Leg, leg, leg. In unfassenden Situationen. Okay. Hochkonzentration. Höchste Konzentration. Höchste Konzentration. Danke. So. Also weiter. Weiter. Wir machen. Ich mach gleich mal Schluss mit dir. Mit dir mach ich auch Schluss, ja? Und mit dir mach ich jetzt auch mal Schluss. Und wow, ich hab die Flagge. Höchste Konzentration. Jetzt nicht mehr. Na toll. Das war gerade Fail. Naja, was soll's. Ähm, noch eine Minute, dann bin ich weg übrigens. Weil ich dann keinen Bock mehr habe. Von dem her... Muss ich nochmal richtig auf den Putz hauen, wie man so schön sagt. Oder sagt man es so? Ich weiß es nicht. Ich glaub schon, dass man es so sagt. Und die Flagge klauen. Die Flagge klauen. Die Flagge klauen. Die Flagge. Die Flagge klauen. Die Flagge. Wow, nein. Nicht töten. Nein. Nein. Wow. Bin ich gerade geflogen. Das war cool. Ähm. Oh, fuck. Nein. Mach nicht Schluss mit mir. Äh, tot. Hol dir die Flagge, Mann. Hol... Na, das war der falsche. Okay, was soll's. Ich bin hier eh gleich raus. Ich hatte mal ein paar Minuten lang die Flagge. Okay, keine Minute lang. Ein paar Sekunden lang. Von dem her würde ich sagen... Äh, nee, noch 5 Sekunden. Äh, 5 Sekunden lang rumschießen. Wuhuuh. So, 20. Ich bin raus hier. Ciao, ciao. Wo ist die Aufnahmestopp-Taste? Da ist die Aufnahmestopp-Taste. Tschüss.